Musik Musik Findest du eine gute Idee? denn Studierende und Beratende können voneinander was lernen. Der Consulting Cup ist eine Initiative von Studenten, bei denen sich Teilnehmer präsentieren können im Rahmen einer Case Challenge und Unternehmensvertreter von verschiedenen Beratungshäusern kennenlernen können. Als Roland Berger sind wir schon über zehn Jahre als Premium Partner vom Consulting Cup dabei. Letztendlich ist es eine ausgezeichnete Plattform für uns, innerhalb von 24 Stunden die Studenten kennenzulernen, aber auch letztendlich uns als Unternehmen zu präsentieren, wie wir arbeiten, was wir für Werte haben und wie wir Beratung auch in der Praxis leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017